Ja, wir vom G-Service-Team wollten es uns nicht nehmen lassen, wieder einmal uns für den guten Zweck einzusetzen. Stauberatung. Kurze Quizfrage am Rande. Was glauben Sie, wie lange stehen Sie hier noch? Kann sich nur noch um Tage handeln. Etwas konkreter vielleicht? Ja, eineinhalb Stunden. Ich würde sagen, diese Antwort kann ich gelten lassen. Sie bekommen schon mal einen Trostpreis von mir. Und zwar Cellulant Cellulitis Creme. Ich mache Ihnen mal gleich ein bisschen was auf die Haut. Das ist was für den Sommer. Das macht Spaß. Das macht Freude. Einfach schön verteilen. Und jetzt kommt der Hauptpreis. Kommen Sie einfach mit Überraschung hier im Stau. Einfach verreiben. Es ist nichts Ekliges. Es tut der Haut gut. Sie werden sehen, die Haut wird weich. Nicht kullern. Sie kullern. So, und jetzt kommt der Hammer. Hier ist Ihr Preis. Dieser nagelneue BMW gehört Ihnen. Hallo. Überraschung, Stauberatung. Wissen Sie, was Sie jetzt verloren haben? Na. Ihr nagelneues Auto. Und zwar hat dieser Herr die Frage richtig beantwortet. Sie bekommen diesen kleinen Pkw und überlassen dafür diesen Herrschaften, die richtig geraten haben, Ihr großes, schönes Auto. Wenn Sie jetzt bitte einfach aussteigen, ja? So, bitte, Ihr neues Auto und... Ja, dann wird's. Ja, raus aus dem Auto. Das ist nicht mehr Ihr Wagen. Darf ich mal die Fahrzeugpapiere haben? Bitte aussteigen und wechseln. Tut mir leid. Vielleicht macht's der nächste. Bitte? Vielleicht macht's der nächste. Um diesen Wagen geht es hier. Steigen Sie aus, bitte. Die wollen nicht aussteigen. Bitte. Man muss auch verlieren können mal. Das ist fair. Wir sind von der Stauberatung. Die Regierung weiß Bescheid. Bitte umsteigen. Setzen Sie sich in dieses Auto. Würden Sie bitte umsteigen. Dieser Wagen gehört jetzt Ihnen. Der Wagen ist doch auch schön. Bitte. Super. Sie haben doch nur gewonnen dabei. Ja? Ist doch ein Bombenauto. Als kleiner Trostpreis für Sie. Ein bisschen Zellulan. Ich lass mal was davon auf der Motorhaube. Und einfach mal zum Ausprobieren ein Tröpfchen Zellulan. Auch für die Dame. So. Gute Weiterfahrt. Alles Gute mit dem schönen neuen Auto. Ist doch ein Mördertausch, den ihr gemacht habt. Da macht die Reise doppelt Spaß. Der ist mindestens das Dreifache wert. Unsere Ski. Was in dem Auto ist, gehört der Familie jetzt. So. Gute Fahrt. Alles Gute. Viel Spaß mit Zellularen. Das war ein ausländisches Auto. Das dürfen Sie gar nicht zu tun. Hallo Sie. Das war ein Spaß. Die fahren. Äh.